Hallo, nächste Programmvorschau ist hier am Stadt, ja auch wieder geju-watcht in erster Linie. Maskenzwang gilt für alle, aber nicht für den Herrn Karlauerbach. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei BitChut, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.